Habe einen Funken Glück und sei immer nett zu anderen Menschen. Diesen Erfolgstipp habe ich von Schauspieler Alan Harris bekommen. Genau darüber schreibe ich in meinem heutigen Beitrag. Denn dieses Glück, dieses Quäntchen Glück, hilft uns bei unserer Zielerreichung manchmal nicht. Denn bevor wir dieses Quäntchen Glück haben, sollten wir überhaupt mal wissen, was uns denn motiviert. Denn entweder treibt dich die große Freude an, dann bist du ein Hin zu einem Zielmensch, oder die große Wand, der große Druck, der große Schmerz bringt dich quasi in Bewegung, dass du etwas machst. Dann bist du ein Weg von, in Klammern, einem Schmerzmensch. Was für ein Typ du bist und welche Fragen du dir stellen kannst, damit du deine Ziele im neuen Jahr auch wirklich erreichst,